Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ideas TV. Wann endet der Dornrösenschlaf bei den Anleihen? Diese Frage stellen sich Investoren schon lange. Mit der Entscheidung, der amerikanischen Notenbank schon bald eine Zinsanhebung durchzusetzen, kommt zumindest etwas Bewegung hinein. Doch kann es wirklich zu einer nachhaltigen Zinswende kommen, bei der einer ersten Zinsanhebung noch weitere folgen? Oder müssen sich Anleger weiterhin auf eine Flaute bei den festverzinslichen Wertpapieren einstellen? Darüber sprechen wir heute mit dem Leiter der Währungsanalyse der Commerzbank. Hallo Herr Leuchtmann. Hallo Herr Kessluth. Es wird zurzeit viel darüber spekuliert, dass die amerikanische Notenbank FED vielleicht doch schon früher die Zinsen anhebt und auch stärker als bisher erwartet. Was ist Ihre Meinung? Ja, es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass ein erster Zinsschritt schon im März diesen Jahres möglich ist. Und das würde heißen, dass die FED vielleicht sogar vier Zinsschritte in diesem Jahr vornehmen kann. Das kann passieren, das muss nicht passieren, aber im Markt ist diese Erwartung drin. Ich habe Ihnen hier mal die US-Zinsen abgetragen und was der Markt erwartet. Und dann sehen Sie recht früh einen Schritt und danach weitere Zinserhöhungen. Also es bleibt nicht bei diesem ersten Zinsschritt, sondern der Markt erwartet schon, dass dann ein Zinserhöhungszyklus kommt, der die Notenbankzinsen in den USA doch deutlich anheben wird. Würden Sie das schon Zinswende nennen? Denn Niveaus über zwei Prozent scheint momentan auch niemand zu erwarten. Naja, so richtig ist es noch nicht, die Zinswende. Also wenn die FED tatsächlich, wie der Markt erwartet, so bei ein Dreiviertel Prozent Schluss machen würde, irgendwann im nächsten oder übernächsten Jahr, das wäre ja immer noch viel weniger als die Inflation. Für die Inflation in den USA wird drei Prozent roundabout erwartet. Das heißt also, wir werden weiterhin in einem Bereich, in dem die Zinsen immer noch nicht den Kaufkraftverlust durch Inflation ausgleichen würden. Also zurück in gute alte Zeiten, wo es mal Zinsen gab, die auch mehr als Inflationsausgleich waren, das sieht der Markt selbst für die USA noch nicht. Wie reagieren denn die Anleihen zurzeit? Naja, die Anleihen in den USA haben schon auf die schnelle Zinserhöhung, die jetzt erwartet wird, reagiert. Wir sehen mal am aktuellen Rand, so ein bisschen sind die Renditen in den USA nach oben gegangen. Das ist schon ein recht hohes Niveau, verglichen mit dem, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Aber es ist natürlich nicht wirklich viel. Und wir sehen halt auch im Euro-Raum sind die Renditeerwartungen auch angezogen, weil auch da erste Spekulationen sind, dass die EZB wenigstens vorsichtig vielleicht schon mal in diesem Jahr oder zumindest im nächsten Jahr die Zinsen erhöhen könnte. Nun sehen wir einen relativ großen Zinsunterschied zwischen den USA und Europa, der möglicherweise auch in Zukunft dann noch weiter auseinander gehen dürfte. Welchen Effekt könnte das auf den Dollar haben? Naja, also man muss erst mal sagen, dieser Zinsunterschied, der wirkt ja nicht so, dass ständig der Euro abwertet deshalb. Ich meine, diesen Zinsunterschied haben wir im Grunde seit 2014. Und seitdem handelt Euro-Dollar halt nicht mehr bei Niveaus von 1,40, sondern momentan bei 1,13. Also das ist im Grunde schon lange drin. Es kommt also wirklich darauf an, wie sich dieser Unterschied verändert in der Zeit. Und nicht nur, wie er sich verändert, sondern wie er sich anders verändert, als vom Markt erwartet wird. Der Markt erwartet von der FED schon Zinserhöhung. Wenn sie das abliefert, dürfte der positive Effekt für den Dollar, also der negative Effekt für den Euro, relativ moderat ausfallen. Nun gibt es im Derivate-Bereich ja auch viele Währungspärchen, auf die Anleger setzen können. Und die Société Générale bietet ein breites Produktspektrum hier an. Vielleicht gehen wir mal kurz durch einige Währungen durch, die zurzeit spannend sein könnten. Wir sehen auch einige, wo durchaus die Zinsen schon angehoben wurden. Welche sind aus Ihrer Sicht für Anleger momentan interessant? Na, man muss ein bisschen aufpassen. Wir haben natürlich schon erste Zentralbanken, die die Zinsen angehoben haben und deshalb die Marktzinsen auch schon gestiegen sind. Also von den tiefsten Niveaus, die wir hier gesehen haben, haben sich die Norweger schon verabschiedet. Die haben schon Zinsen erhöht. Die Neuseeländer, die Briten schon mal so ganz vorsichtig. Nur das, was wir an Zinserhöhungen schon gesehen haben, das ist halt auch schon in den Wechselkursen drin. Es kommt also darauf an, wer überrascht denn positiv? Und würde die EZB positiv überraschen, für dieses Jahr zumindest habe ich meine Zweifel, aber könnte ja sein, dann könnte sogar der Euro zulegen, obwohl hier die Zinsen natürlich auf nahezu rekordniedrigsten Niveaus sind. Nur die Schweizer haben niedrigere Zinsen. Aber wenn es dann eine Überraschung gäbe und die Hoffnung wäre, dass die EZB doch die Zinsen mal nennenswert annehmen würde, könnte sogar trotz des niedrigen Zinsniveaus der Euro zulegen. Also es kommt immer darauf an, wer überrascht. Wenn es gut läuft und überall die Zinsen steigen, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Währungen wie Norwegenkrone und Neuseeland-Dollar, wo die Zentralbanken es ja offensichtlich schon eilig hatten, dann auch wieder zulegen könnten, wenn die Zentralbanken es wieder eilig haben. Vielen Dank, Herr Leuchmann, für Ihre Einschätzung. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Sie finden diese Sendung, aber auch alle Informationen zu unseren Währungsprodukten unter ist g-zertifikate.de. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, da mit dem Chef Volkswetter Commerzbank. Bis dahin machen Sie es gut. Auf Wiederschauen. Bis dahin machen Sie es gut.